Ach, nur zwei rein. Und es geht weiter mit Minecraft. Ja. Und Panna-Boost. Du bleibst jetzt da stehen. Ja. Toll. Boah, bin ich cool. Ich bin Gott, ich kann Feuer werfen. Bei mir kommt... Du sollst nicht mit Feuer spielen. Irgendwie kommt bei mir nichts an. Ah doch, jetzt brechen. Ah, Glück, wir haben Schnee reingesetzt und keine Wolle. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Aber die Tore, die Zäune sind aus Holz. Du bist doch ein Idiot. Boah, ich spamm hier die rechte Maustaste. Boah. Ich höre deine Tastatur oder was auch immer. Maus. Ich habe... Gerade meine Maus war gewaltigt. Bööö. Das ist ja eklig. Nicht auf die Weise. Okay, wenn du meinst. Na, hier habe ich irgendwie schon Fackeln gesetzt. Was ist denn das da? Was? Was ist das? Fackeln einfach mal so zum Gag. Zum Gag? Ja, lass die einfach da. Das ist doch nur Spaß. Das waren sie alle und danach sind sie im Knast. Ja, klar. Wegen Minecraft bist du dann im Knast. Ja. Du hast Minecraft gespielt. Du machst Kronknach. Warum? Ich spiele Minecraft. Ach, du machst Kronknach. Oh. Wey. Du sollst nicht über Spinnen-Netzchen machen. Habe ich irgendwo Spinnen-Netzchen in der Hand? Hä? Weiß ich nicht. Darf ich dich killen? Ne, das mache ich nicht. Warum nicht? Habe ich irgendwann nicht das Recht zu sterben. Dann müsste ich den Befehl jetzt eingeben. Und dann siehst du den ja, wenn du einen Part anschaust. Ich gucke doch nicht deine Parts an. Dann wüsste er Äh, der Crane das aber. Wie das geht. Crane gibt doch auch nicht deine Parts an. Hm, warum hat er sich dann damals beschwert darüber? Der tut doch immer nur so. Ja. Oh ne. Scheiß Spinnen-Netzchen. Der macht immer nur Abonnieren, Favorisieren, Masturbieren und dann geht er weg. Besonders Masturbieren, ne? Hä? Besonders Masturbieren. Ja, Masturbieren. Das macht am meisten. Kann ich da durchfallen? Du bist doch ein Vollidiot. Ey, das macht Heimlichkeiten. Ich will mir das doch nicht spannend machen. Mit Slash Rocket komm ich auch nicht raus. Wie geil. Es gibt keinen Entkommen. Du bist doch ein Idiot. Okay, der letzte Part wird wirklich nur zum Scheiß machen benutzt. Quatsch. Nein, gar nicht. Ich bin dafür, dass wir jetzt eine große Sprengung veranstalten. Ach, ne. Das könnten wir gleich machen, wenn ich die Map runtergeladen hab. Da können wir die ganze Stadt in die Luft jagen. Oh oh, dann leckt der Server aber richtig. Nach und nach, meine ich. Obwohl das mit dem TNT ist eigentlich gefixt, denn das ist nämlich so viel leckt. Ja, ich meinte nach und nach halt. Ist World in dir drin? Ja. Sehr schön. Jo, ich weiß nicht mehr, was wir hier bauen sollen. Ey, komm, dann mach mal einen Cut. Dann lädst du die Welt runter und dann sprengen wir das ganze durch in die Luft. Oh mein Gott. Äh, wo bist denn du? Ich bin in der Luft. Toll, ich bin bei dir, Gott. Bleib mal stehen, du Penner! Ich hau ab. Penner Buß, wenn ich bitten darf. Penner Buß, bitte bleib stehen. Du sollst dich nicht um mich drehen. Das gefällt mir nicht. Alter. Ja, ist ja gut. Oh. So. So leid. Hier, Geschenk von mir. Danke. Box runtergefallen. Ach nee. Hier, supergesunde Pilze für dich. Danke. Die waren nur nicht rot und weißen Punkten. Okay. So, das war's dann jetzt erstmal mit diesem Projekt. Und dann? Äh, mir sprengen das ganze Zeug noch. Hm? Mir sprengen das ganze Zeug noch. Was? Ein Stadion. Da ist das Projekt ja noch nicht ganz zu Ende. Hä? Nein, das ist jetzt. Das mein nachher extra. Willst du dafür extrapart machen? Ey, das ist so. Das muss man machen. Ja, wie gut. Gut. Dann mach du doch dein extrapart. Und ich mach hier weiter. Okay. Jo, dann bis halt irgendwann wieder, ne? Normalerweise in drei Tagen. Ja, in drei Tagen oder so. Ja, wenn du jetzt ein gefährder nächsterpart hochkommst. So. Und wär das jetzt falsch gewesen, wär das jetzt peinlich. Äh, du verwirrst mich grad. So. Das war's jetzt dann erstmal mit diesem Projekt. Und vielleicht geht's dann irgendwann mal mit was anderem weiter. Jo. Halt, ich mein, mit was anderem. Together Minecraft und so. Ja? So gut wie wir uns genau. Jo. Tschö. Ciao.